So Leute was geht ab, ich bin zurück. Ich habe jetzt kein allzu tolles oder wichtiges Video hier vorbereitet, ich wollte einfach nur so schnell wie möglich euch sagen, ich habe jetzt wieder Internet, ab jetzt kann ich mich wieder langsam darauf konzentrieren hier Dinge zu tun, ich muss natürlich noch ein, zwei andere Dinge tun, die auch für mein Privatleben wichtig sind, weil ich jetzt wieder Internet habe, also es werden jetzt nicht nur noch Videos rausgeballert, aber ab jetzt kommen wieder Videos von mir. Und ich dachte kurz um das Ganze wieder zu starten und die lange Pause ein bisschen wieder gut zu machen, machen wir mal ein 5 Sterne Technologie Kristall auf, gestern gab es dieses Angebot, jetzt wenn ihr das Video seht wird es wahrscheinlich nicht mehr da sein, und mal die Option eine Klasse aussuchen und dann kriegt man ein 5 Sterne Kristall von dieser Klasse. Ich habe lange überlegt, ich habe eine große Liste gemacht und zusammengeschrieben, was für eine Klasse ich wählen soll, in der Endrubrik waren Mystik und Technologie, wieso? Die beiden Klassen haben die geringste Wahrscheinlichkeit darauf, dass man was Schlechtes zieht, das heißt nicht, es gibt nichts Schlechtes, aber einfach nur die Wahrscheinlichkeit, dass ich darin was Schlechtes kriege, ist viel geringer als in den anderen Klassen. Dazu kommt, ich blende euch das mal kurz ein, das sind, wenn ich mich nicht täusche, alle Optionen, die es da drin gibt in diesem Kristall. Also unser Hauptgewinn wäre natürlich nach wie vor den Starlord, das ist für jeden eigentlich der Hauptgewinn, Starlord erweckt braucht man einfach, um einfach sinnvoll und weit im Spiel kommen zu können. Oder zumindest am leichtesten sinnvoll und weit kommen zu können. Dann Ultron ist auch ein sehr, sehr solider Charakter, muss auch nicht erweckt sein, deswegen ist da hier quasi auch ein Hauptgewinn. Das sind schon mal die zwei Hauptgewinne. Dann gibt es zwei Charaktere für mich, die sind okay, das wären Rocket Raccoon und der Civil Warrior. Äh, Civil Warrior muss ich ein bisschen testen, aber die beiden Charaktere wären okay, das ist jetzt nichts, was ich unbedingt brauche oder dann permanent benutzen werde, aber es wäre okay. Hulkbuster, Iron Patriot und Iron Man wären komplette Nieten. Äh, Iron Man habe ich schon, habe ihn auch sogar schon erweckt. Iron Patriot ist schlechter als Iron Man, deswegen ist der eine Niete und Hulkbuster ist derzeit leider auch nicht zu gebrauchen. So, lang genug drum herum geschwatzt, öffnen wir den Crystal und hoffen natürlich auf den, äh, Star Lord oder den Ultron. Also hier beim Durchspinnen sieht es nicht aus, als hätte ich was vergessen, ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass ich nichts vergessen habe. Ich lasse ihn ausspinnen und dann schauen wir mal, auf was er stehen bleibt. Wahrscheinlich wird es der Iron Patriot. Civil Warrior, okay, wie gesagt, der ist nicht der Hauptgewinn, aber er ist, glaube ich, ganz lustig. Ich, ich bin gespannt, ich werde ihn auf jeden Fall ein bisschen spielen, ein bisschen Spaß mit ihm haben. Äh, schauen wir ihn uns an. Ich denke, ich werde ihn vielleicht auch in die Defense stellen, zu den Defense und Allianz kriegen, da gibt es eh ganz viel, was ich euch natürlich zeigen müsste, ne. Wir gehen mal ganz kurz zu den Champions, äh, ich konnte natürlich, ich musste weiterspielen und ich hab hier nicht mal 3G-Leute, wo ich jetzt wohne. Also, ich war auf dieses WLAN angewiesen. Ich musste, um Allianz-Quests und Kriege zu spielen, musste ich in einen anderen Ort fahren, mit meinem Auto und dann zocken. Und weil ich in einer amerikanischen Allianz bin, ist das ziemlich, ziemlich mühsam. Weil die natürlich die Zeiten dann recht spät sind, wo ich das teilweise auch tun musste. Und, was ist neu? Oder was habt ihr quasi verpasst in der Zeit, wo ich natürlich weiterspielen musste? Ich habe eine 4 Sterne Angela bekommen. Die ist, ähm, neu für euch, so gesehen. Und dann habe ich noch einen 3 Sterne Dr. Octopus bekommen. Den konnte ich natürlich erwecken und die erweckte Fähigkeit jetzt anschauen. Dann habe ich einen 3 Sterne Kingpin bekommen. Äh, den werden wir uns auch anschauen. Ich könnte mal hier das Zeug wieder aus dem Bild rausnehmen. So. Ähm. Habe ich sonst noch was Großes bekommen? Sonst habe ich, glaube ich, nicht allzu viel Neues bekommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Auf jeden Fall, das sind schon mal, äh, 3 neue Sachen. Die ich natürlich auch anschauen muss und kann. Und, Krieg ist neu. Und es müssen so viele Videos kommen, ich weiß. Auf jeden Fall. Warum sind wir hergekommen? Um den 5 Sterne Civil Warrior zu sehen. Der Civil Warrior ist insofern interessant. Weil er einfach... Er ist ein bisschen wie ein schlechter Ultron. Äh, er ist ein bisschen wie ein schlechter Vision. Und das Ding ist einfach, Vision gibt es nicht als 5 Sterne Charakter. Deswegen ist er vielleicht gar nicht mal so nutzlos. Ich muss mir das anschauen, muss ihn ein bisschen testen. Wieso ist Civil Warrior nicht so schlecht? Äh, schwere Angriffe haben 100% die Chance, eine High Blockade auszulösen. Das wusste ich schon gar nicht mehr, dass er das kann. Äh, dann... Warum eigentlich ist Superkraft 2, nimmt bis zu 60% der maximalen gegnerischen Kraft. Somit habt ihr ein bisschen Power Control. Und ansonsten macht er immer schön Aufrüstung. Und dadurch kriegt er seit einem Patch irgendwie auch irgendwann, äh, kriegt er da Blut- und Giftwiderstand, glaube ich. Ja, hier steht's. Für jede Aufrüstung, die der Civil Warrior hat, hat er noch 15% Vergiftung und Blutungsresistenz. Und er selber kriegt natürlich die ganze Zeit, äh, kriegt er Aufrüstung. Alleine, wenn er Superkraft 1 macht, kriegt er 4 Stück. Das wären dann quasi schon 60% Blut- und Giftresistenz. Einfach nur, wenn er Superkraft 1 macht. Äh, dann steht hier noch was, was ich nochmal genauer angucken muss, was ich gar nicht mehr so im Kopf hatte und gar nicht wusste, ob das das gibt. Da steht, 2 Aufrüstungs-Buff werden verbraucht, um zu einem einzigen permanenten Aufrüstungs-Buff, ähm, zu werden, der dann permanent 335 Rüstungen mehr macht. Was sehr interessant ist, bezogen auf die Blut- und Giftresistenz. Und da Superkraft 1 sowieso automatisch 4 Aufrüstung macht. Das werden wir noch sehen. Und ja, wenn er erweckt wäre, dann würde er noch weniger Schaden, noch Superkräfte kriegen, äh, für jede Aufrüstung. Das ist jetzt nicht allzu relevant. Ähm. So, ich hab ihm kurz mal auf Rang, äh, 2 gebracht. Und jetzt werde ich noch ganz kurz gegen den Winter Soldier benutzen. Also, die meisten von euch werden jetzt schon weg sein. Also, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr euch auch solche Chris-Gold habt, wünsche ich euch vielleicht etwas mehr Erfolg als mir. Ähm, ja. Ähm. Ähm. Uh. Ich persönlich Ich finde, der Civil Warrior sieht einfach ultra cool aus Das ist auch was wert So, jetzt habe ich diese permanente Aufrüstung mal versucht hinzubekommen Scheint zu funktionieren Interessant Ja, ich bin hier gerade ein bisschen am rumprobieren mit diesen Aufrüstung, weil ich das selber noch nicht wusste. Ja, ich bin hier.